Vielen Dank. Ich kann feststellen, dass ihr beide vor euren beiden offiziellen Traumzeugen und von mir als Standesveramtinnen auf diese Fragen überall stimmend mit Ja geantwortet habt. Und deshalb seid ihr nun Kraftgesetzes rechtmäßig verboten wie ihr Leute. Vielen Dank. 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 Ich präsentier das mal. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.